Ich bin der Christoph Elpons, ich bin Kunst- und Kulturvermittler. Ich führe niemanden in der Gegend herum, ich bin kein Chauffeur, nehme ich die Besucher bei der Hand und führe sie durch die Ausstellung, sondern ich versuche ihnen vielleicht doch eher sowas wie die kulturellen und künstlerischen Inhalte der Ausstellung etwas näher zu bringen. Ein betreutes Programm über den Sommer hinweg, wo sie sich eben immer mit diesen Dingen auseinandersetzen können, was ist Architektur. Sehr schön finde ich, dass dabei so eine utopische Stadt entsteht. Wir haben eine Stadt mit unglaublich vielen Wasserrutschen zum Beispiel, was vielleicht am heißen Sommer auch liegen mag, aber viele Kinder haben sich eben gedacht, eine Wasserrutsche ist genau das, was in einer Stadt fehlt. Am 28.09. mache ich hoffentlich viele Führungen und kann meine Freude an diesen Dingen mit vielen Leuten teilen.